Wo ist Hansel jetzt? Hey, warum denn die neuen Beste? Aber einfach nur wo sie wollten, sie haben stehen. Aber hier kann man nicht mehr stehen. Jetzt hier kann man nicht mehr stehen. Jetzt hier kann man nicht mehr stehen. In diesen Dingern kommt. Hier kann man nicht mehr stehen. Warte ich rechne. Die sind schön untereinander, die kann man gut rechnen. 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Das ist das Ding. Wie man nicht weiter kann. Wie ist das los? Einfach helft 4, 9. Wie ist es nicht 보셨 pero ... Nein, finde 4,9 bis gleich 13 mit 3 hin da sage ich dir die 3 hin dann könnte es mir nichteurs ja direkt ist 3, 6 bis 23 mit 2, Ähm, 130 und dann die 100 bin ich weg, dann machen wir die 200 und dann 100 und dann mache ich dann eine 13, die 10 auf die 130. Nein. Nein, das sind wir haben schon fast. Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich kenne noch eine. 4 plus 9. Ja, das hat noch aufgenommen. Aber du kannst auch zum Beispiel 10 Klappen auf 100, 54 plus 7 ist natürlich ein bisschen schneller als 9 plus. Nein, aber das ist aber was ich erkenne, das ist leicht. 4 plus 9, 7 plus 4. Dann kann man noch, dann merke ich mal nur zwei, weil hier muss es leicht. Ja. Und noch runterkommen. Okay. Das ist voll umständlich. Das ist voll umständlich. Das ist 74 plus 70. Ja, aber 170 plus 17 ist so. Das wäre ganz 40. Hm, 244. Und dann 0,7 plus 7. 17 plus 7. Und dann hast du ja hinten die Null von mir 17,04 und dann kannst du es da einzeln. Oh, keine Ahnung, das wird so komplexiert. Also ich bin meist am besten. Ja, und du auch ist gut. Ich weiß, ich habe das 1x1, kann ich jetzt alles. Ganz schnell das machen. Tesla mit E. Also, wir machen nicht die Eckenbremse. Tesla mit Eckenbremse. Wir haben immer noch einen Tesla. Ja. Wir haben wirklich einen gesehen. Dann ist der aber die Mückenbremse schon gesehen. Ja. Und der Schlamm ist die E. Und der Schlamm ist die Eckenbremse. Vielleicht jetzt einfach schon 40. Oder der Schlamm ist der Schlamm ist. Ach, dann brauchen wir das rein. Das ist ein T-Ger. Oder so ein T-Ger. Oder so ein T-Ger. Bitte beachten Sie die 3G-Läge. Und tragen Sie spätestens eine FFB-2-Maske. Please be vaccinated. Recovered or tested. And wear an FFB to mask at all times. 씁 . R dishon Macht G participle. Schlimmleistung. Was macht ihr denn jetzt? Nee, ich glaube die erste. Und Lilly? Das ist mein größtes Mädchen, das ist dein größtes Jahr. Äh, was ist denn hier? Nee? Danke. Ja. Aber was machen wir denn jetzt? Ja. 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 Aber jetzt hat sie mit dem Bies. Ja, ja, das ist doch eine gute. Und vielleicht können sie ja auch noch mal anderes machen. Ja, jetzt guck mal, ey. Und wenn die noch nicht mehr auf die Bies. Ja. 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 Wir haben hier ein bisschen gebrochen. Weißt du, es hat hier nur die Silber und Gold. Richtig? Ja. Und Gold kostet es heute am meisten. Dafür ist es auch am meisten. Da kann man zwei Stunden holen. Aber dafür kostet viele Minuten zum Beispiel. Für Silber kostet viele Minuten zum Beispiel. Für Silber kostet viele Minuten zum Beispiel. Und noch 10 Minuten. Wir haben jetzt eigentlich schon die Silber nicht, weil es die Silber nicht ist. Aber das wäre dann 75.000. Das ist auch ein Schlüssel, aber das ist kein. Ja, ich habe einen Schlüssel bereit. Aber ich habe gebrochen. Hälfte Koffer. Bei draußen. Häh? Häh? Häh, Frau Besser! Ich hoffe, das ist immer besser. Ich zieh dich nicht. Nein, nein. Ausfallen. Nein. Ich habe gerade so den Zug. Nein. Du musst dich einfach auf den Stau. Und wenn die auf den Stau. Und wenn die auf den Stau. Das ist jetzt nicht so. Ich kriegst du eigentlich wieder da. Oh, vielleicht kann man meinen Bruder nicht so machen. Das ist nicht so. Nein. Schau. Wir sind eh nicht hier in der Ecke. Das ist immer gut. Ja. Ja. Wir müssen noch probieren. Wir müssen jetzt nachholen. Ob wir mit dem Layout-Bust entfahren können. Oder ob wir mit dem Bahn fahren können. Weil Peter ist auf dem Bahn gefahren. Ich fand das Spaß. Wir müssen das sehen. Das sind ja über 3,4 Meter zu. Ja, ja. Keine Verbesserung. B-Heinstraße. Was ist das? Peter ist der Köffel da. Das ist doch schon weg. Die sind schon wieder gekommen. Ja, jetzt ist die ja. Was ist das für die Arbeit? Und da hat sie die Marke. Kennst du dieses, ähm, DT6? Ja, der war verlustig. Ach so, das hätten wir mit dem. Der ist ja nicht so verlustig. Der ist ja nicht so verlustig. Hast du noch? Ja. Ich fand es vorschauen. Der ist gut. Ehm. 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 Das ist schon seit 3 Wochen fertig gemacht. Nein, da machen wir. Und dann machen wir schon länger. Dann machen wir schon länger. Dann machen wir schon länger. Die Lächeln, der geht nicht weiter. Ein dicker Straße. Wir müssen hier erst weniger laufen. Ja, wir müssen da weniger laufen. Ganz klar, die Götzestraße ist bereits hin. Nein. Das ist da ein bisschen. Ich bin nochmal. Ich fährt ein Meter nach hinten. Ich fährt er in die Ziegen. Ich fährt er in die Ziegen. Das ist aber M13. Ja, das ist die Hälfte Städte. Die Hälfte Städte. Herr, warum ist es hier? Das ist hier noch immer ein bisschen. Spiel. Spiel. Spiel bei Anstecken. Spiel bei Anstecken. Könnt ihr auch für Spreien gehen, wenn ich will? Stopp. Äh, ne. In der erste Steine. Die M3 fährt dann gerade aus. Norddeutscher Rundfunk Norddeutschland Die Kirche Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020